Ich würde sagen, ich bin kein Komponist im richtigen Sinn. Das habe ich gemacht. Ich habe auch Bücher geschrieben, ich bin kein Autor. Ich suche einen Mittelgrund zwischen den verschiedenen. Und das gehört zu dieser gemeinsamen Empfindlichkeit, Sinnenpfindlichkeit, wo es wirklich keine Grenze gibt. Ich verstehe. Ich bin nicht so lange, sondern es ist ein Musik. Das ist ein Musik für die Welt, die zwischen den Städten und den Masein vergetental ist. Es gibt nicht mehr Saganfragen, hat die Städte der Welt. Ich war wirklich und dachte, dass sich diebulanz von Wiener anzieher, ...would understand as a result of these initiatives... ...in any way that no one is ever going to accomplish... ...revisiting the world soundscape project. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I am the sound that never ends, that began before time and is heard only as silence. I am the sound that streams and flies and wiggles and dies and pops and runs and bumps and hums and carries the world at an incredible pace through time and space. And you will never, never, never see me. I am a scratchy voice on a cheap old record. I don't care. I'm in the air. I am a scratchy voice. Vielen Dank.